Hallo, ich bin Basti und ich bin Kresten und ich bin heute schon mal ein Kunstler, ich wollte euch heute was zeigen, nämlich, ihr braucht einen Knopper, Mann, wie heißt das, Werfer, ja, ein Hebel, ein Hebel, ein. Mann, Dorfbewohner und einen Kopf, wir nehmen jetzt einen Überkopf und ihr braucht natürlich, dass euch der Dorfbewohner nicht abbaut, ihr könnt es natürlich auch ohne Barrier-Bretter machen, aber so haufe ich, ähm, die Mischung. Ich brauche jetzt hier mal zwei hin. So, dann hier, hier runter, platziert ihr jetzt den hier, da rein, packt ihr den Knopperkorb, dann platziert ihr hier einen Wälder, und dass ihr da was drauf platzieren könnt, beschädigen muss, müsst ihr es nicht. Jetzt hat der Villager einen Creeper-Kopf, warum? Das könnt ihr natürlich noch ganz einfach mit einem Köpfen machen. Kopf, hier, ihr könnt es natürlich auch, sogar mit einem Dia-Helm machen. Das könnt ihr mit allen verschiedenen Köpfen und Helm machen. Mann, das funktioniert doch nicht. Das könnt ihr jetzt einfach eine Creeper-Kopf drauf. Ist das nicht nice? Und ihr könnt auch ganz einfach die kleinste Base der Welt bauen. Das braucht ihr einen Werfpack. Was? Ein... Was ist geil? Hier... Mann, wie heißt das? Ofen... 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 Ja, und ihr braucht... Pfeiltüren... Hier... Mist, das war das Falsche... Pfeiltüren... Jetzt so... Mann! Pfeiltüren... Jetzt so... Mann! Pfeiltüren... Pfeiltüren... Jetzt so... Pfeiltüren... Könnt ihr nur am Boden reizulieren. Und... Ah, ich hab vergessen, ein Bett noch zu machen. Dann passe ich hier ein... Und ein Bett... Rauchdeir... Dann zieh mir hier rein. Die Gäcktor... Dann zieh mir hier ein... Achtung... Kuss! Zfounder-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein. hat hier bitte nicht nach haupt auch auch ja hier k k k k k k k k jetzt k k jetzt jetzt können die schlafen k k k k k schlafen aufstehen ich kann alles machen hier drin was ihr wollt könnt ihr natürlich auch viel aufmachen und alles ja das mache ich natürlich für den Tag ne 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 der dreht voll durch da oben ne viele Löcher ja das ist auf jeden Fall die kleinste Base der Welt die kleinste Base der Welt echt krass und falls ihr auf meinem Minecraft server joint wollt klatschlein.play-mc.de geht auf jeden Fall rauf der ist für alle öffentlich ja das wollte ich euch nur sagen das hier hier sieht auch die Welt nice aus Ende hier wenn ihr hier lag drauf sieht nice aus mit dem wo hier das Wasser an der Seite ist um es unter zu bleiben ihr müsst einfach hier schweckige blöcke dann ziehe es mal kurz ich mach das mal schneller dazu ich mach das mal schneller dazu gleich hier und dann habt ihr das richtig schön das ist richtig gut ja wenn die Leute langlaufen dann rein wenn ihr dann nicht mehr auf dem dann dann das dann dann ja und dann lasst einen Like da und dann auf jeden Fall bis dann tschüss Untertitelung. BR 2018